Moin liebe Freunde, was geht ab? Ich hoffe es geht euch gut, ihr hattet bisher einen wunderschönen Chicken Dinner Tag. Im Folgenden seht ihr ein Gameplay, was unbewusst irgendwie so eine Art Red Dot Challenge war. Das heißt, ich habe nur Red Dot gespielt, ohne Scopes und das später in einer Endzone, wo es eigentlich nur über weite Flächen ging. Mit einigermaßen Taktik, einer Menge Glück und vor allen Dingen natürlich einen wunderbaren Dokument, Kappa Ross. Nein, ich hoffe ich habe ganz viel Spaß beim Gameplay, wenn es euch am Ende gefallen hat. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, kommentieren, was ihr euch als nächstes vielleicht für eine kleine Challenge wünscht und bei mir im Stream vorbeischauen. Meinen Link unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß. Ein Mann an Wort. Ein Mann, ein Pommeschnitzel mit Jägersoße. Was sind wir hier allein? Cool. Ja, scheint so oder nicht. Gibt es hier extra oft schnell Mühe beim Looten. Hast du eigentlich schon ein Video gemacht, warum der Dreierrucksack nicht der beste ist? Du meinst, weil er extrem hart zu sehen ist. Im Solo ist der Dreierrucksack auf jeden Fall nicht der beste, da hast du eigentlich schon recht. Man nimmt ihn irgendwie trotzdem mit. Weißt du warum? Weil mehr Platz drin ist. Frauen und Handtaschen. Leck mich. Uh, Schüsse auf mich. Ich weiß nicht von wo. Woher waren die denn? Von unten. Also die waren nicht von der Schule, glaube ich. Guckst du da her? Willst du alleine gucken oder? Ne, ich bin einfach jetzt erstmal reingelaufen. Ich habe keinen Scope. Dann bleib bloß vorsichtig, ne? Ja. Ist es von deiner Seite oder von meiner? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich genau oben stand gerade. Aber wie hat der dich denn da in der Bewegung getroffen? Das muss ja ein richtig guter Schütze gewesen sein. Du wichser hast du auch nicht gekossen. Du blöder Drecksack. Die Panik in deiner Stelle war aber super. Ich würde sagen, dann lass mal weiter. Oder? Das Mindesteste. Wir treffen uns bei mir. Bin ein bisschen näher an der City. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Müll, Müll, Sondermüll. Oh, ein Pfanne. Kulo. Kulon. Ich bin nicht gut drauf. Schüsse? Bei dir? Nein, nein, nein. Und auf dich? Gegenüber liegende Straßenseite. Hier, warte. Unbekannten Ursprungs. Unbekannten Ursprungs? Ja, in der Stadt also. Ich komme jetzt erstmal zu dir, aber wir müssen gleich sowieso los. Rechts Auto von uns. Auto. Ja. Ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Ziemlich weit. Die können wir ignorieren. Let's go. Ich und mein Datscha und manchmal auch Carina. Wir fahren um die Welt. Guck mal, ein Drop. Da fahren wir nicht hin, Ben. Wir haben da schlechte Erfahrungen. Wir fahren zum Drop, Junge. Ja, das war's. Komm, da rechts. Rechts. Na, ne. Das ist ***. Oh, wir werden wieder sterben. Ja, ich hoffe doch mal. Du hast das Spiel im Prinzip nicht verstanden, oder? Nicht der, der stirbt, gewinnt, Ben. Drop, 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 drop. Da war schon einer. Guck mal, da ist noch... Lol, da ist ein M noch... What the fuck? Also, wenn das kein Bait war, dann war ich ja auch nicht. Lol. Das war kein Bait. Lol. Juhu, warum hat der die M249 dann fliegen lassen? Ist der behindert? Ist der total... Ey, ohne Mist, ist der komplett mental? Ben trollt mich. Oh, guck mal, hier ist voll schön. Da kann man sich voll verbunkern. Okay. Doch. Ne, ich dachte, hier schön. Hier fünf, also vier Trinks, eins Schmerzen. Oh, Achtung. Bei uns dann. Ne, warte, das war unser Auto. Wir sind mit dem roten Datsch hier reingefahren. Nein, 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 nein. Wir gehen gleich links über die Bäume. Wäre dich nicht witzig, dass du dich über mich lustig machst. Wir sind ein Team. Okay, wir sollten zusammenhalten. Booster dich mal voll eben, bevor wir reingehen in die Zone. Hast du? Ja, ich hab mir einen Energy Trick genommen. Aber nur einen. Ein energetischen. 500 Meter vorhin den Drop. Da gehen wir nicht hin, Ben. Richtig. Unten in der Startschüsse, da gehen wir auch nicht hin. Auto direkt vor uns. Alles gut, alles gut. Oh, 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 über uns ist ein U-U-U-Dingsbums. Ein Auto. Ja. Vielleicht links ist der Buggy auch. Da kommen jetzt ganz viele rein. Wir müssen aber über den Berg gehen, um ein bisschen Deckungwind zu haben. Buggy ist vor uns. Ich hasse es, ohne Scope hier rumzulaufen, ne? Wir fahren auch noch da unten. Wir sollen alle nach unten, meinetwegen. Nächste Zone ist an der Tanke. Es ist das letzte Gebäude, was so mit drin ist. Es gibt noch ein paar. Wir gehen an der Zone entlang. Sollen wir nicht hier oben lang gehen, wo mehr ein bisschen Deckung ist und Bäume? Ja, müssen wir ja. Unten können wir auf jeden Fall nicht lang gehen, um Scopes. Wir haben keinerlei Scopes, ne? Doch, ein Vierer, immer noch. Ja, okay. Aber es ist schwierig mit dem Streamen, mit mir. Willst du das Vierer? Vielleicht kann ich auch mit dem Red Dot einigermaßen mit der SKS. Ne, ne, ne. Wenn du das Ding hast, dann nimmst du da den Stein-Ding. Okay, wir bleiben hier. Wir kommen nach rechts in Deckung. Wir müssen nur nach links achten. Ich guck mal, wo die Zone ist. Okay, die Tanke ist auch nicht mehr drin. Ist hier den Stein da? Wir sind relativ. Von rechts kommt, rechts ist ein Airdrop, aber den scheiß auf die Airdrops ist es gerade mal. Können wir mal bitte nach links abgucken und nach hinter diesem Rand kann halt auch was sein, ne? Ich seh einen da. Ich bin noch nicht bei dir, ich seh noch keinen. Okay, ich weiß nicht, worauf du schießt. Ein Baum, 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 Baum. Ich seh ihn, er läuft noch weiter. Er läuft wieder hinter das Haus. Du musst dich komplett voll, ne? Wir müssen jetzt los. Also Top-Ten-Teams sind fair, aber das reicht uns nicht. Er wird denn im Haus drin sein, ne? Nein, 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 wird er nicht. Ich hab ihn gesehen. Wo ist der denn? Der ist hier rechts vor uns, äh, auf Westen. Bei dem Busch, bei diesem komischen Busch, der hier rauskommt, da lag der eben. Da, genau da, wo du hinläufst, jetzt links über dir. Mit dem Hang wahrscheinlich. Vor uns ist einer. Der ist weitergelaufen. Hab ihn. Schön, 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 schön. Weiter, weiter, weiter. Unten zum Stein. Wo ist das? Stein ist in der Zone. Ich würd jetzt, warte, ich geh da jetzt dahin. Ah, der wird grad angeschossen. Ja, der wird angeschossen. Sieben left, verdammte Scheiße. Aber wir sind gut in der Zone, wir müssen nur einen Schritt nach vorne gehen. Ja, ja. Eine SKS ist auf jeden Fall da. Ich hab halt nur, ich hab nur meinen, nur meinen Red Dot. Kannst immer noch Sphäre haben. Nein, nein, nein. Bleib bitte nicht, geh nicht mit mir, bleib da, bleib da in Sicherheit. Du bist halt auf nem Hang. Wenn bei dir einer ist, kann ich nicht hochschießen, weil ich nix seh, dahintergegangen. Alles gut. Ja, wenn bei mir einer ist, dann machst du das alleine. Gestern, du lässt zwei Chimli ja schon alleine holen. Das krieg ich nicht nochmal hin. So viel Glück hab ich nicht in meinem Leben. Ich seh einen. Der kommt jetzt gerade zu mir. Rangesprintet. Soll ich komm? Ja, nein. Nein, 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 nein. Du hast nur Ausgang, da ist noch einer, ne? Ja, ich weiß. Ist mir aber egal. Zwei Kills. Sehr gut. So, du kommst, ich müsste jetzt eigentlich ein Stück vor. Ja, go for it. Weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Könnte leider auch nicht looten, weil... Okay, so sind wir halt ein bisschen am Hang, aber nicht wirklich viel. Okay, erstmal gucken, wo die nächste Zone ist. Oh Gott, haben wir einen Lack. Hallo, Max. Ich bin doch am Arsch. Ich bin doch am Arsch. Auf 330 circa. Wird angeschossen. Seh nicht. Ist hier unten. 49 Sekunden. Der ist hinterher so einem Stein da hinten. Guck mal, ob ich vielleicht einen mit der Granate treffe. Auch noch eine Granate. Warte, ich kann auch mal eine werfen. Blind. Guck du nach links mal. Ich sehe einen. Wo? Auf 330, Panier aus 345. Relativ weit im Liegen. Aber ich habe, wie gesagt, keinen Scope. Der legt sich hin, geht nach oben. Es sind bei, ich denke mal, es ist von draußen einfach nur ein Fenster. Das ist das Einzige, das zählt. Schade. Moment. Ich weiß, wo er ist. Seh nicht. Keine Ahnung. Hast du ihn? Seh einen. Seh nicht. Warum nicht? Ja. Hä? Ich hatte dabei einen, der hat angerufen. Das Inhalt geht mir nicht. Carina. Moment, kann er es nicht. Ja, wo? Vor uns, vor uns. Vor uns, direkt. Und hinter dem Jügel leicht. Runter, runter, runter. 2 Sekunden, Papa. Ich sehe ihn. Direkt vor uns. Ich sehe ihn auch. Einer dahinter, direkt. Ich sehe ihn, ich weiß, wo er ist. Ich sehe ihn auch. Ab ihn. Ja, Mann. Easy peasy. Sehr schönes Spiel, Carina. Sehr schönes Spiel. Jetzt darfst du zu deinem Papa gehen. Leute, Chicken Dinner. So, liebe Freunde, das war's vom Gameplay. Ihr habt gesehen, es hat funktioniert. War eine geile Sache. Ich glaube, der Dreier-Rucksack, den abzulegen, war absolut die richtige Entscheidung. Passt also. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Für das morgige Video selbstverständlich. In dem Sinne, schaut bei mir im Stream vorbei. Ich streame fast täglich PUBG. Wird mich freuen, den einen oder anderen dort von euch zu sehen. Und eventuell auch mal eine Runde mit euch als Zap zusammen zu spielen. Dementsprechend haut da rein, schönen Tag noch und bis morgen. Euer Buddy.